Musik Wir haben ein Thema, was zur Zeit landauf, landunter diskutiert wird. Und das ist das Thema Inklusion. Und deshalb freut es mich ganz, ganz besonders, dass nachher der Gebärdenchor hier auftreten wird. Und wir werden dann eins sehen, Inklusion ist ein Thema, aber es tatsächlich zu praktizieren, das werden Sie nachher sehen und bestimmt große Freude haben, hier dabei sein zu können. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen heute Abend, freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es heißt ja immer, bei gutem Wetter draußen, glücklicherweise können wir das bleiben. Also, lieber Peter, alles gut vorbereitet, euch dreien weiterhin viel Erfolg. Und heute Abend uns allen eine tolle Vorstellung, die ihr uns hier bietet. Dankeschön. Ich bin dabei, was keiner mehr weiß. Ich stehe gerade für dich und dir den Letzten. Schade, dass sie uns die Welt nicht schön reiben kann. Blumen im Fenster, in alten Dame verwelken. Egal, es sind sowieso nur Nelken. So ist's mit dem Lebenslauf, wir sind gegen Vergas und dann gehen wir auf und das alles. Das stüttert uns einfach nicht. Das stüttert uns einfach nicht. Das stüttert uns einfach nicht. Nein, ich steck rein. Warum kann das Leben nicht einfach sein? Für dich und für mich ein Stück Paradies. Amen. Heimat sehen, dass sie nicht untergehen. Dass das Glück uns heult. Mensch, lebst du doch. Schwarz-Rot-Golden. Schwarz-Rot-Golden. Alles uns den Duden umschreiben mit neuen Worten. Den Sinnen kleiden, dann segeln wir vor, wo kein Wind mehr weht. Und wir tauchen dort, wo kein Wasser steht. Und das alles, das tue ich nur für dich. Wir tun das nur für Puhlheim. Bleib, ich steck rein. Warum kann das Leben nicht einfach sein? Für dich und für mich ein Stück Paradies. Fahnenheil, Heimat sehen, dass sie nicht untergehen. Dass das Glück uns heult. Mensch, lebst du doch. Schwarz-Rot-Golden. Vielen, vielen Dank. Ganz da oben, ganz da unten. Und das laufen Kinder um uns herumlaufen. Das ist völlig in Ordnung. Mütter und Väter, bleib ganz entspannt. Wir wollen das so. Das ist genauso konzipiert. Wir freuen uns jetzt zu lernen, wie man zum Beispiel Kölner Dom in Gebärden sagen kann, ohne dabei ein Geräusch zu machen. Applaudieren können sie im Übrigen so. Dann ist es ganz ungewohnt, dann ist es ganz ruhig plötzlich. Aber genau das ist die Welt derer, die uns fühlen und sehen und nicht so hören können, wie das die tun, die eben ein funktionierendes Gehör haben. Also, wir freuen uns jetzt, Sie dabei zu haben, nicht nur als Gäste, sondern als Mitwirkende. Herzlich Willkommen, der Kölner Gebärdenkursant Georg! Wir haben schon so eine kleine Tournee mit denen hinter uns. Wir waren schon in der Philharmonie gemeinsam. Wir waren auch schon auf kleinen Straßenfesten. Wir spielen und singen und tanzen auch bei euch und bei Ihnen im Wohnzimmer. Wir haben gleich Listen ausliegen, da könnt ihr euch eintragen. Für die Adventszeit haben wir noch viele freie Termine. Und heute, heute sind wir in Pulem auf diesem wunderschönen Platz. Und dieser Platz muss genauso benebt werden, wie Sie das jetzt als Bürger Pulems tun und wir als Musiker tun dürfen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank, Gebärdenchor. All Dior! Alle Dior sind verfloren, mit viel Freude, mit verdruss. Ich denk an früher, die immer höher, was muss, das muss. Und wir sind stolz, der Druck, viel verloren. Und wir sind neu geboren, denn nicht früher, es kommt zurück. Es blieb nix wirklich, komm, sind wir ehrlich. Wir haben doch nicht verjuckt. Doch es war früher nicht immer schöner, wir haben so oft falsch gesagt. Ich bin doch mit dir zu sein, ich bin doch mit dir zu sein. Ich bin doch mit dir zu sein, ich bin doch mit dir zu sein. Ich bin doch mit dir zu sein, ich bin doch mit dir zu sein. Ich bin doch mit dir zu sein, ich bin doch mit dir zu sein. Ich bin doch mit dir zu sein, ich bin doch mit dir zu sein. Ich bin doch mit dir zu sein. Ich bin doch mit dir zu sein. Ich bin doch mit dir zu sein, ich bin doch mit dir zu sein. Ich bin doch mit dir zu sein, ich bin doch mit dir zu sein. Der Kölner Gewirnkurs St. Georg. Und ganz wichtig, beinahe angeschlichen hat er sich, Hubert Vendel am Akkordeon. Großer Applaus. Die Leute, die das Lied kennen, merken, oh, da ist ja eine Strophe baden gegangen. Der war zu heiß hier. Salve, Colonia, was zum Mitsingen. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Ich hab mein Herz an dich verloren und fühl mich wie neu geboren. Hier am Strom der Zeit, damit du immer springst. Und ist man seine Lieder und sind nicht, stehen hier alle bereit. Salve, Colonia, ich liebe dich. Salve, Colonia, zu dir bekerne ich mich. Salve, Colonia, siehst mich und dein Armband. Du bist, was mir gut tut, ein Leben lang. Hier ist keiner vom Dorf, der links nicht enttrennt. Nicht mal leid, nicht mal leid, Souvenir. Doch der, der dich kennt und sich sicher zu deiner Armböke, denn lädst du einen Teil von dir zusammen. 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 Halve, Colonia, ich liebe dich. Salve, Colonia, siehst mich und dein Armband. Und du bist, was mir gut tut, dein Leben lang. schon zuerst und du bist, was mir gut tut. In Zeiten vergehen, wird und viel wird geschehen. Doch unsere Stadt, Pulheim, wird die Zeiten überstehen. Kuhle, wir wollen euch singen hören. Selbe Kolonia, ich liebe dich. Selbe Kolonia, zu dir bekenn ich mich. Selbe Kolonia, siehst mich in deinem Wandel hoch. Du bist, was mir gut tut, ein Leben, Leben lang. Oh, du bist, was mir gut tut, ein Leben lang. Gewehrklatschen auch, euren Mund noch einsetzen. Das klingt dann doppelt gut.